Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu Ich bin Brot. Ich möchte gleich mal in den TS fragen. Bist du Brot? Seid ihr Brot? Sind wir Brot? Wir sind Brot. Wir sind brotig durch. Der Spielbär ist mein Sidekick an der Stelle. Der schmeißt die ganzen schlechten Witze rein. Ich bin das Co-Brot. Du bist das Co-Brot. Das verkohlte Brot. Ja, ich bin nämlich so Körnig drauf heute. Ich bin das Vollkornbrot. Genau, er ist das. Du bist das Toastbrot. Genau. Ja, im Stream habe ich herumgefragt, was wir denn spielen sollen. Und dabei ist I'm Red rausgekommen. So, und wir wollen erstmal spielen. Wollen wir ins Tutorial? Ich weiß nicht. Bist du so ein schlechtes Brot, dass du ein Tutorial brauchst? Ich würde sagen, wir gucken es uns einfach mal an. I am loading. Auch ganz schön. Übung macht den Meister. Du kannst dich mit den Ecken des Brotes festhalten und dann mit der Maus klicken und ziehen oder den Stick am Gamepad verwenden, um das Brot in die Ecke plumpsen zu lassen. Wir sind ganz schön verrückt als Brot. Guck mal, da laufen noch andere Brote rum. Ist das Multi-Brot oder so? Wahrscheinlich. Dass ein Multiplayer. Dass ein ganzer Leibler unterwegs ist. Dass der Multiplayer. Unser täglich Brot geben wir euch heute. Oh mein Gott. So, hast du ein paar schlechte Witze auf Lager zu Brot? Schlechte Witze. Ich habe gestern was gesehen zum Thema Brot. Was denn? Da habe ich gestern was gesehen. Da haben sie irgendwie in einer Sendung, frag mich nicht, was das für eine Sendung war, keine Ahnung. Beim Zepten bin ich da hängen geblieben. Da haben sie ein Brot, also ein, genauer gesagt, ein Brötchen, haben sie zu Pulver zu malen. Haben das irgendwie in so eine Röhre reingesteckt. Haben da irgendwie noch so eine Chemikalie dazu gegeben. Und dann ist das, dieses Brot, dieses gemahlene Brot ist wie so eine Handgranate dann explodiert. Das haben sie dann gezündet. Also das heißt, Brot kann nicht nur schimmeln, das kann auch explodieren. Die wollten halt irgendwie, keine Ahnung, zeigen, wie viel Energie in so einem einfachen Brot halt steckt. Irgendwie witzig, oder? Ja. Stell dir mal vor, wenn das, wenn es anders gekommen wäre, wäre diese Toastscheibe, die da rumkriecht, keine einfache Toastscheibe, sie wäre irgendwie ein explosives Gemisch. Ich sehe schon, du beißt dir da ganz schön einen ab, gerade. Ja. Um die, was musst du eigentlich machen? Greif? Ich soll diese Scheibe einsammeln. Okay, wir können die Wände auch hochklettern. Okay, das, ich glaube, das. Das ist braun, knusprig und spaziert durch den Wald. Brotkäppchen, ja, ja. Ja, übrigens, für die Leute, die es jetzt auf YouTube sehen, wir sind im Livestream. Oder waren im Livestream, wenn ihr es auf YouTube seht. Ja, dann, wenn ihr es auf YouTube seht, ist es leider schon zu spät. Ach, herrlich. Was sind denn das für Brotgeister, die da rumgeistern, ey? The walking bread. The walking bread? Das walking bread hier. Das passt doch zu Erik, die Gummizelle, schreibt der Obelix. Vielleicht ist es ja eine Ausnüchterungszelle. Spielbär, guck mal, das Brot hätte ich letzte Woche gut gebrauchen können. Brot und Spiele. Das hat doch im alten Rum schon gut funktioniert. Was da funktioniert hat, das funktioniert heute auch noch. So, jetzt versuchen wir. Jetzt muss ich versuchen, hier die Wand hochzukommen. Na ja, die Pfaffen und die Hunde verdienen ihr Brot mit dem Munde. Huch, jetzt habe ich den Stream zugemacht. Das sollte ich lieber nicht machen. Dann sehe ich ja gar nicht mehr, was da Tolles passiert. Den Weg des Brotes muss ich doch mitverfolgen. Ja. Vielleicht sollte ich es ein bisschen geschickter anstellen. Es ist eigentlich normal, dass es hier im Tutorial keine Musik gibt. Wer erfand das so? Jesus, er brach das Brot und verteilte es unter den Armen. Oh Gott. Also ist Brot auch das Deo? Okay. Werden wir dann morgen früh am besten Brot unter die Achselhöhlen schmieren und Deospray, keine Ahnung, zum Kaffee genießen. Oh, ich wäre fast oben gewesen. Oh. Hahaha, wie er runterrutscht. Alter. Ich hätte nicht gedacht, dass Brot mal so schwer zu beherrschen ist. Tja, da kannst du dir mal eine Scheibe von abschneiden. Oh Mann. Wie isst du dein Brot immer? Jetzt sag nicht gebacken. Äh, belegt. Mit was? Äh, keine Ahnung, wissenschaftlich? Wissenschaftlich, ist klar. Ja, wenn ein Wissenschaftler ein Brot schmiert, ist es dann wissenschaftlich belegt. Ich gehe mal schon schwer davon aus, oder? Irgendwie, irgendwie schaffst du es nicht so richtig. Das sieht schon ein bisschen armselig aus, wie dieses arme kleine Brot da versucht, sich da so hoch zu hoppen an der Wand irgendwie. Weil das Ding ist, du musst ja auch irgendwie genießbar bleiben. Das ist ja auch irgendwie so das Ding. Also, wir müssten das vielleicht mal erklären. Das Ziel ist halt, in dem Spiel, man muss halt getoastet werden. Nein! Doch, das ist das Ziel. Also, das Ziel ist, getoastet zu werden. Und man muss halt den Toaster erreichen. Und man muss halt gucken, dass man noch so genießbar wie möglich bleibt. Also, wenn man die Genießbarkeit auf Null runter reduziert hat, weil man irgendwie nur durch den Dreck kriecht, dann ist man nicht mehr genießbar und hat verloren und muss von Horner anfangen. Und wenn ich mir das hier so angucke, wie erfolgreich das schon im Tutorial läuft, glaube ich, wird das ein sehr, sehr langes Let's Play bei dir mit sehr vielen Folgen. Ja! Ja! Ach! Oh! Oh! Los, komm! Du wirst doch wohl das Tutorial schaffen. Ich weiß nicht. Jetzt gibt es die nächsten drei Wochen nur Wasser und Brot. Ähm. Da sage noch einer, Let's Plays sind eine brotlose Kunst. Oh! Haha! Da ist ein Toaster. Ja. Was für eine Überraschung. Wie ich schon sagte, wir müssen getoastet werden. Guck, da ist sogar das Geistertoast. Das hat sich da raufgerobbt. Boah, das hat das voll skillig gemacht. Guck mal, das hat sich da so an der Wand. I am dead. Oh. Du hast dich fair toasten lassen, oder? Iiiiih, das ist ja voll dreckig da. Genau, das meine ich mit der Geistertoast. Das bewegt sich sogar. Was? Guck mal. Was bewegt sich? Der Schmutz da. Das sind irgendwelche Lebewesen. Und die haften an mir. Ah! Ja, stimmt. Das krabbelt. Das sind Ameisen. Hahaha. Los, komm! Oder bist du etwa Kunstbrot? Komm schon, rüber. Jawohl. Ja. Du musst die andere Seite noch machen. Schnell, wende dich. Hahaha. Oh, leicht angekogelt. Gratulation, du hast das Tutorial abgeschlossen. Story, beginnen. I am loading. Weil du da echt auch gucken musst, dass du das Timing nicht verpennst mit den Seiten von dem Brot. Weil das Brot muss ja von beiden Seiten gut getoastet werden, ja. Herr, die Therapie schon, hier will man nicht, nie mehr weg. Kundenname, Herr Merton, medizinische Akte, blablabla, Adresse, blablabla, Geburtsdatum, 4.03. 1948. Sitzungsanfang 10.00, Sitzungsende 11.03. Dauer in Minuten 63 Minuten. Okay. Küche. Was, wir sind in Behandlung, ja. Oder waren in Behandlung. Das ist unser, unser, unsere, äh, Freilassung sozusagen hier. Behandlungshinweise. Was ich jetzt erstmal... Ja, Toast. Was ich erstmal probieren möchte, ne. Du möchtest was probieren, jetzt dich buttern. Ja. Du bist schon, du hast schon 8% Genießbarkeit eingebüßt. Wie das denn? Du hast dich doch nur über den Tisch bewegt. Ist der Tisch so dreckig? Ja, ich, ne, ich bin in die Fischgräte rein. Achso. Natürlich eklig. Aber warum hat einer Fischgräten auf dem Tisch liegen? Oh, guck mal, du hast... Du randalierst hier voll. Ahhhh. Ahhhh. Ihhh. Ihhh. Was klebt denn da? Was ist das denn? Aber das sind Gewürze, glaube ich. Das ist was Gutes. Das können schlimmer sein. Ich starte lieber neu. Nein, nein, nein. Mach weiter. Nicht neu starten. Ich hab neu gestartet. Nein, warum? Warum tust du das? Kannst du jetzt nicht bei jeder Kleinigkeit hier neu starten? Was ist denn für ein Brot? Was ist denn für ein Brot denn? Ja. Was bist du denn für ein Brot, ey? Uh, jetzt hab ich Marmelade an mir. Man muss die Brote nehmen, wie sie fallen. Was für eine Art Brot isst du am liebsten? Äh. Tom und das Erdbeermarmeladebrot mit Honig. Oh, du bist wirklich mit Marmelade eingekleistert. Wie geil ist das denn? Sieht man ja sogar. Also ich esse Vollkorntoast am liebsten. Vollkorntoast? Mhm. Also aktuell. Aber Sauerteigbrot ist auch geil. Ja, boah, Sauerteig. Kommt halt immer auch drauf an, was man dann da drauf macht. Was man dann drauf schmiert, auch das Brot. So, jetzt bin ich von beiden Seiten Erdbeermarmelade. Aber heißt das nicht eigentlich auch, dass der Dreck noch besser an dir haftet dann? Weil du bist ja quasi jetzt mit Zucker eingerieben, mit Klebrigen. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie durch Dreck läufst, bist du ja noch ungenießbarer dann hinterher. Bin ich das? Ist das so? Ich weiß nicht, also das ist nicht irgendwie... Wäre das nicht logisch? Logisch? Durchaus. Da ist das Skateboard. Ist das jetzt eigentlich der Brot log? Ne, den Brot log, das ist ja das Tutorial gewesen, ne? Ja. Das war ja schon die erste Mission. Das war der Epil... Der Brot log. Oh. Ist das denn, Longboard? Natürlich. Ich sag, er ist ja voll aktuell hier. Voll modern. Aber irgendwie irgendwas machst du falsch. Du boardest gerade nach hinten. Kannst du etwa nicht Longboard fahren? Nein. Aber ich bin schon mal auf dem Tresen. Weil da sind Ameisen. I-git-i-git. Überall sind hier Ameisen. Wie komme ich denn da rüber? Ich glaube, ich muss... Oh, die Äpfel. Die Äpfel, da sind keine Ameisen. Obwohl, naja doch, so links bei den... Ich seh das halt so ein bisschen niedrig aufgelöst. Mit der Stream bei mir flüssig läuft, hab ich das mal alles auf Medium gestellt. Dadurch seh ich natürlich so kleine Details nicht. Also die Ameisen seh ich grad nur sehr schlecht. Aber du könntest theoretisch dich von Teller zu Teller auch hangeln. Soviel zu dem Thema. Hamburger schreibt, Spielbär in deinem First Intro auf dem Flugzeug steht doch Spiel... Ja, nee, da steht eigentlich Spiel-B-R. Spiel-B-R. Spiel-B-R? Ja. Oh. Also über den Boden geh ich lieber nicht. Außerdem, wer ist eigentlich Spiel-Bär? Ich bin doch Spiel-B-R. Ja, nein, wir sind doch Brot-Bär. Ja, Brot-Bär, genau. Das hier ist Brot-Bär, das ist mein Co-Moderator. Und ich bin Brot-1LP. Und mein Bruder heißt Sandwich-1LP. Du bist Vasa-1LP. Du bist Knäckebrot. Nein, nein, nein. Ich bin am Boden. Nein. Du bist am Boden? Ja. Sag nicht, du hast neu gestartet. Nein. Gut. Er rettet dich, ich rette dich vom Boden. Du musst irgendwie an die Wand und dann dich so hoch hangeln. Wie Silvester Stallone in Cliffhanger. Ja. Pass auf, ich glaube, die Buchstaben lösen sich, oder? Nee. Hei, lo, frust. Okay. Ist was im Kühlschrank? Oh, nicht runterfallen. Nein. Nein. Hangel dich hoch. Ah! 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 Das Brot total panisch hin- und herwackelt über dem dreckigen Boden. So gut. Ich glaube, du bist mit dem Brot noch nicht so richtig kompatibel. Kann das sein? Ich bin vor allem mit Controllern nicht ganz so kompatibel. Ach, du spielst mit Controller? Ja. Nein, 16%. Das ist ja das... 15, 14! 13! Vor allem das Geile ist, Brot fällt ja sowieso immer auf die Marmeladenseite. Und ich hab gleich zwei davon. Dass du gleich zwei Marmeladenseiten hast, ja. Ja. Findest du den Sänger Meat Toast? Der hier I would do anything for love gesungen hat. Ich würde... Ah, 7%. Ich hab Ameisen und Schmutz an mir. Klingt nach einem normalen Tag auf der Arbeit. Hahaha! 7% und ich hab Ameisen und Schmutz an mir. Aber da ist irgendwie noch was anderes an dir. Irgendwie auch so Schimmel oder sowas. Also zumindest an der Unterseite. Also naja, was ist eigentlich die Unterseite vom Brot? Von diesem Brot? Ja, gewaltigst du gerade die Schüssel. Ja, ich versuch da irgendwie wieder rauszukommen. Also momentan hast du da gerade so eine Art Joker-Position. Ja, also das sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus, wo du da gerade liegst. Rundum ist nur Gefahr. Unter 50% würde ich die Finger davon lassen, schreibt der Razer. Was? Was erst unter 50%? Du, ganz ehrlich. Ey, wenn das Ding runterfällt, würde ich schon die Finger davon lassen. Wenn ich mir so den Fußboden angucke und das alles. Ich weiß ja nicht, du. Ich meine, da laufen Ameisen rum. Vielleicht ist da auch irgendwo einer gestorben in der Wohnung. Man weiß es nicht. Also es gibt mir ein Team Fortress 2 Level. Ja, was wir wahrscheinlich in dieser Folge nicht mehr sehen werden. Nein. Wenn ich mir angucke, wie lange das dauert. Was ist braun, knusprig und spaziert durch den Wald? Ja, was denn? Was denn, Hambacher? Bald kann das Brot von alleine laufen, genau. Der Obelix hier. Sehr gut. Das Brot, dem Brot wachsen bald Beine, genau. Der kann das selber laufen. Warum tragen die Ameisen das Brot eigentlich nicht zum Toaster? Die können auch mal was machen hier. Die können uns mal helfen. Nein, 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 nein. Das klingt nicht gut. Der panische Schreie eines hilflosen Brotes. Da klebt doch irgendwas. Irgendwie ein Chip oder... Oh. Ein Körper auf den Boden. Ich bin nicht Toast. Das heißt, ja. F. Brotkäppchen. Das heißt bestimmt fertig. Ja. Fettig heißt das. So wie ich mir... Wenn ich mir das Brot so angucke, da ist einiges an Fett drauf. Ja. Das ist schön speckig jetzt. Mh. Das ist so speckig, dem wächst bald Fell, dem Speck. Behaartes Brot. Bah. Steht ja nicht auch auf einen behaarten Leib. So, jetzt hier wieder auf das Longboard. Ich meine, was macht man eigentlich, wenn so sein Brot, wenn das Haare bekommt? Muss man das dann rasieren? Weißt du, was ich jetzt einfach mal versuche? Äh. Nein. Ich weiß es nicht. Ich hatte jetzt überlegt, zu versuchen, das Longboard so zu steuern, dass ich damit drüber bis zum Toaster komme. Mhm. Ich sehe schon, wie gut das geht. Kann sich nur um Stunden handeln. Ich glaube, du musst das ganz behutsam machen. Nicht so ruckartig. Ich glaube, wenn du da so dran rüttelst, dann passiert nur folgendes. Du wirst wegschnipsen und auf den Boden landen. Du musst das behutsam machen. Ich muss vor allem mal lernen, mit so einem Controller umzugehen. Wie so ein Brot, das halt macht, mit ganz viel Gefühl. Äh. Äh. Warum fällt das Brot immer auf die Marmeladenseite? Wäre eine gute Quizfrage. Naja. Ah. Im Prinzip. Oh. Oh. Halt dich fest. Zieh dich hoch. Gib mir deine Hand. Ich schaffe es nicht. Jawohl. Ah, nein. Was machst du? Warum? Ach du Scheiße. Alter. Aber irgendwie ist das Brot magnetisch. Der Teller, der hat gerade so ein bisschen am Brot dran geklebt. Ja, man kann so Sachen greifen. Da hinten ist es. Das Objekt unserer Begierde. Warum fällt das Brot immer auf die Marmeladenseite? Ja, warum? Also, ich würde sagen, das liegt daran, dass die Wahrscheinlichkeit ja 50% beträgt, dass es auf eine Seite fällt. Das ist, glaube ich, wie mit der Münze. Äh. Wenn man eine Münze wirft, so. Da ist ja die Wahrscheinlichkeit eigentlich die gleiche. Und weil das halt irgendwie, keine Ahnung, nicht allzu oft passiert, oder vielleicht ist es das Gewicht, vielleicht ist es das Gewicht, weil die Marmeladenseite ist ja schwerer, weil da ist ja auch noch Butter drauf. Das heißt, so schwerkraftmäßig, oder, das ist so, das ist wie bei Katzen, das ist so ein Reflex von dem Brot. Ja, deswegen kann sich das hier auch nämlich bewegen. Die Katzen, die Katzen, ähm, drehen sich ja auch immer so, wenn sie fallen, dass sie immer auf ihren Füßen landen, ja. Und, ähm, beim Brot ist es vielleicht genauso. Das Brot hat vielleicht so ein Reflex angeboren, ja, dass es halt sich dreht, wenn es fällt, und dann fällt es halt immer weich. Weil, wenn es ja auf die andere Seite fallen würde, würde es ja krümeln. Und das will ja das Brot nicht, das Brot will ja nicht krümeln. Das wäre ja Selbstverstümmelung. Deshalb versucht das Brot immer auf die Marmeladenseite zu fallen. Ich glaube, das ist es. Ich glaube, ich habe das Geheimnis gelüftet. Das Geheimnis der Marmeladenseite. Das Geheimnis der Marmeladenseite. Äh, was sind das da eigentlich drin? Sollen das Cornflakes sein? Dann haben die aber noch ziemlich wenig. Selbstverkrümmelung, genau. Genau, der Garm hat es auf den Kopf getroffen. Selbstverkrümmelung. Also, weißt du, was jetzt mal gut wäre, wenn du dich jetzt mal in diesem Toaster verkrümeln könntest, irgendwie. So langsam, aber sicher. Bevor die Ameisen Bock auf dich kriegen. Um. 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 Um.